So, herzlich willkommen meine Kriogeierin zurück, furios zur Expedition Throne. Yo, wir sind ja noch mitten in der Schlacht. Ich hatte es nicht vergessen, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe es natürlich noch gewusst. Aber ja, meine Lieben, weiter geht's. Ich würde sagen, schauen wir uns an, was unser Feind hier zu tun hat. Meine Güte, direkt zurück in die Schlacht. Gebt mir mal hier die Alltaste. Jawohl, was macht er? Achso. Schießen wir mal einfach über das dreiviertelte Feld. Okay. Mitrida, das selbst zieht sich zurück. Hier geht's auch gut ab. Und ich war schon so stolz drauf, dass ich all meine Soldaten durchgebracht habe. Scheiße. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Jetzt haben die vier Bogenschützen am Start. Ist das euer Ernesto? Jetzt haut den mal weg hier. Jawohl. Ja, stich doch gleich nach, Bruder. So stelle ich mir das vor. So, du dampfelst ja auch schön rein. Ey, was für ein Kampf, Freunde. Was für ein Kampf. Wie viele, wie viele Folgen ging denn der jetzt? Oh, stark. Wir kriegen Verstärkung, Freunde. Wir kriegen Verstärkung. Ein paar Gymnites sind auf dem Weg, uns zu helfen. Und hoffentlich auch als Ziele zu dienen. So, das dürfte der letzte gewesen sein. Machen wir weiter. Okay, er brennt. Wer bist du denn? Komm mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Du kommst jetzt, du gehst mal hoch. Bis wie weit kann der Sineiros gehen? Bis hierhin. Und dann kann der noch was machen. So, komm mal her. Wieso sollte ich den denn? Ich brauche bald Hilfe, sonst werde ich sterben. Ein dauerhafter Schaden. Ich weiß zwar noch nicht ganz, was das gebracht haben soll. Schließlich hätten wir den so oder so healen können. Aber gut. Ja, hier kommen wir leider noch nicht durch. Gib ihm mal zwölf Schaden. Der Barrikade. Wir müssen ja aber verweilen. Geh mal ein bisschen zur Seite, Bruder. Kannst du den abwerfen? Ne, der ist auch noch geschützt. Natürlich ist er geschützt. Sie ist auch echt ungünstig platziert. Hier links rum wäre eine Möglichkeit durch zum Hasseln. Ja, es wird alles zu lange dauern, Freunde. Wer bist du denn? Ah, er. Er trifft ja nichts. Der Typ trifft ja auch absolut gar nichts. So, jetzt komm mal her. Meine Liebe. So, komm her. Genau. Mach dich mal bereit. Mach dich mal fit. Mach dich mal fit für die Schlacht. Äh, Sineros sollte vielleicht nicht ganz so ganz so im Schussfeld stehen. Und er kann sich doch, er kann sich noch bewegen. So, go for it. Jawohl. Hat er hier ein bisschen Schutz oder ist er dann voll in der Schussbahn? Schon, gell? Der ist dann volle Lotte in der Schussbahn, der Kollege. Aber ich muss ihn fast. Ich setze ihn mal unter Druck, genau. Das ist gerade ein bisschen schwierig. Hier oben ist nichts mehr, gell? Ne, wir haben noch... Was haben wir mit ihm? Eine Fackel? Ach, du stehst da ganz hinten. Hier ist... Hier ist Free, oder? Dann schicken wir ihn doch hier rüber. Soll er doch über die Seite ankern? Oh, wir hätten noch Marathon. Wir hätten noch Marathon, Freunde. Okay. Also Black Screen? Alles klar. Ja, du hast halt einen Verband, Kollege. Dich können wir schon gut gebrauchen. Oh, du kannst auch noch schießen. Durchs Feuer können wir dich nicht laufen lassen, ne? Ja, gib ihm mal hart. Die stehen mir ja alle ein bisschen zu nah zusammen, um ehrlich zu sein. Na ja, wenn du hier hochgehst, dann kassierst du einen Schlag. Aber du könntest das normal überleben. Das ist halt dein Schild weg. Na, egal. Egal. Nehmen wir mal in Kauf. Nehmen wir mal in Kauf, Freunde. Nehmen wir... Das nehmen wir mit. So, zack. Fünf Schaden, okay. Und jetzt gib ihm nochmal. Jawohl. Naja, vielleicht doch lieber hier rüber gehen. Dann hat er zumindest ein bisschen Schutz vor den Bogenschützen. Syneros. Ne. Ja, da habe ich halt Angst, dass ich das Feuer ausbreite. Mal so. Ja, ist alles... Alles nicht ganz optimal. Verbände haben wir keine mehr. Sind hier noch Verbände? Nein, sind keine mehr. Die sind Dur. Scheiße, aber der steht da oben so gut. Was ist das hier? Mulsum. Und hier hinten geht's nicht mehr zurück. Scheiße. Hey, wir haben hier ein richtiges Problem, Freunde. Stopp, stopp. Ich will... Ich will... Was bist denn du für ein Unterstützer? Warte, warte, warte. So. Umso näher sie hingeht, umso mehr Schaden müsste das doch machen, oder? Fünf bis sieben. Wie viel schafft sie? Sieben bis zehn normalerweise. Wie viele Schritte hat sie noch? Kann sie noch einen Schritt näher? Jawohl. Bam. Schön. Und jetzt pass auf. Also du musst dich irgendwo verstecken, Junge. Okay. Es gibt halt absolut kein Versteck, gell? Es gibt hier keine Möglichkeit, sich irgendwie zu ducken. Nee, da muss er durchs Feuer laufen. Ich kann ihm echt nur sagen, so weit nach hinten wie möglich zu rennen. Damit er so weit wie möglich entfernt ist. Ob das reicht? Keine Ahnung. Stopp, stopp, stopp. Nein. Nein. Ja, genau. Und jetzt hau ihn weg. Sehr schön. Na ja, jetzt kannst du dich aber nicht mehr heilen, gell? Du stehst jetzt auch da, wie auf dem... Wie auf dem Serviertablett. Boah, wir laufen halt hier mit den durchs Feuer, Freunde. Ich weiß ja nicht, wie dramatisch das ist. Wie weit sind die weg? Sind die weit genug... Ja, die sind schon weit genug weg. Okay, komm. Dann run. Brennend widerstanden. Okay, guter Junge. Verteidige dich mal selbst. Mulsum. Mulsum. Ach, scheiß drauf. Oh, zwei Fehlschläge. Die treffen gar nichts. Unsere Katapulte, der könnte sitzen jetzt. Der ist genauso scheiße. Das ist alles scheiße. So ein Dreck. Okay, Streuschuss. Bam. 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 Und die Pam. Schieberling, ja. Was? Ah ja, okay, ein Schaden. Einen Schaden nehme ich in Kauf. Ich wollte mich schon wieder beschweren. So, sie. Was sie da für einen Auftrag oben hat, weiß ich noch nicht ganz. Das werden wir noch herausfinden. Ja, 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 okay. Das war fast schon offensichtlich, dass da was kommt. Der will... Oh, shit. Oh, shit. Die haben Gott sei Dank sowas von überhaupt kein System. Okay, die laufen jetzt zu viert weiter. Jungs. Nicht direkt ins Feuer, ne? Schönes Ding, Junge. Schönes Ding. Gleich weitermachen und den Bogenschützen unter Druck setzen. Jawohl. Was für ein Ehrencharm. Und dann den Schlag noch gesetzt. Alter Schwede, das waren die für Damage. Okay. Kann man sich ja so regeln, ja? Was hast du, was hast du, was fehlt dir? Verbrannt. Brennend. Nee, du. Abschütteln. Entschuldigung. Es ist eine gute Fähigkeit. Es ist ja nicht schlechtes. Okay, du bist jetzt mal so dreist. Du rückst einfach mal straight vor. So, du, mein Freund. Du schlägst es mal ganz geschmeidigt dem Kollegen ja den Schädel ein. Ah. Sehr schön. Ah. Geh mal einen Schritt hier rüber. So, der ist tot. Ich muss irgendwie schauen, all unsere Leute, die ihr Leben durchzubekommen, Freunde. Okay, weiter Weg, aber den gehst du. Ach, du hättest einen Wasserkrug. Ach, nein, ich kann es nicht mehr zurückholen. Äh. Vielleicht können wir den irgendwie... So einen Millimeter zu kurz, gell? Egal. Na, jetzt hätte ich halt ihn wenigstens... Sag mal, ich bin ja schon wieder konzentriert wie ein Volldämpfer. So, ich würde sagen, dem haust du jetzt geschmeidig auf die Fresse. Wie viel Leben hast denn du? Du bist gut. Er hätte halt einen Verband, gell? Man könnte ihn halt super hinten gebrauchen. Ich weiß auch nicht, ob das Feuer irgendwann aufhört. Das reicht halt nicht. Das ist halt schon sehr ätzend. Kann mir jemand helfen? Bitte folgt meinem Leben. Aber wir behalten ihn jetzt mal am Leben. Wir nutzen unsere Fähigkeiten, um ihn am Leben zu halten. Naja, renn mal. Müssen jetzt nach oben durchpushen. Wir müssen nach oben durchpushen, auch um sie unter Druck zu setzen. Da oben brennt ja zum Glück schon alles. Viel können die sowieso nicht machen. Du hast den Hit kassiert. Ja, hier kommst du nicht durch. Fantastisch. Renn mal außen rum. Der ist noch am Leben, aber unter Druck. Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Du bist sehr entscheidend, mein Freund. Aber ich glaube, dass ich mit dir echt niemanden abschießen kann. Kann das sein? Nichts. Leider, leider Gottes überhaupt nichts. Wir können, aber... Nee, mach das mal weg. Noch zwei Schritte gehen. Ja, wird komplett sinnlos sein, aber... Positionier dich mal so. Hast du Wasser? Nee, du hast Passung. So, bringen wir unsere Soldaten von dem Feuer weg. Boah, Freunde. What a game. Wunderbar, let's go. Ja, du musst dich jetzt erstmal selber heilen, Junge. Helft mir und ich werde unsere Feinde niedermachen. Du bleibst einfach hier hinten, soweit du kannst. So. Hab das jetzt gerade nur gemacht, damit nicht am Ende wieder angezeigt wird. Er hätte noch irgendwelche Aktionspunkte übrig. Es ist ein bisschen risky, dass ich ihn soweit vorschicke. Also, dass wir mit... Dass wir soweit vorbreschen. Aber wir haben ja eigentlich noch ein Schild auch parat. Sollte schon gehen. Nee, das mach ich nicht. Aber ich visiere hier rüber. Gut, das hilft uns gar nichts. Boah, ich will sie da nicht durchs Feuer schicken. Echt nicht. Komm. Was, was, was? Ah ja. So, jetzt kommt unser Streuschuss. Zumindest hat er mal die Barriere hier zerlegt. Aber ansonsten wird der nichts treffen, schätze ich mal. Na doch. Einen Bogenschützer haben wir niedergeworfen. Gut. Sehr gut. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Schauen wir doch, dass wir den weiterhin bearbeiten hier. So. Dann noch die. Und... Ja, genau. Ich hätte eigentlich auch gern dieses Dach hier im Visier, Freunde. Los geht's. Wir warten hier, bis der Feind kommt. Er will wirklich warten. Er will wirklich warten. Okay, sie rennt jetzt runter. Aber sie will nicht den Bogenschützen safen. Schönes Ding, Junge. Schönes Ding. Fantastisch. Alter, doppelt gemoppelt. Richtig schön reingebumst. So will ich das sehen, Freunde. So will ich das sehen. Einige Flammen sind jetzt erlöscht. Boah, bin ich gespannt, wie das danach auch weitergeht. Also der Kampf ist relativ... ...relativ safe durch. Es kann jetzt halt passieren, dass wir noch den einen oder anderen Kämpfer verlieren. Das kann sein. Du bist ja wirklich arschlangsam, Cäsion. Also du bist ja wirklich langsam sein Vater. Ohne Witz. Ja, die könnte da theoretisch außenrum pushen. Bin ich jetzt aber auch noch nicht so scharf drauf. Lauf mal bis da hoch. Und mach dich bereit, genau. So, Cineros. Ähm, ja. Du wirst tatsächlich am ehesten hier drüben gebraucht. Renn da mal hin. Jetzt hätte ich gedacht, der rennt durchs Feuer. Da hätte ich mir... Da hätte ich mir Cineros eingebatscht. So, wo bist du? Du bist hier, okay. Ja, ich will mit dir eigentlich auch noch nicht zu weit vorgehen. Ich würde ganz gern ihm hier den Vortritt lassen. Ah, hier hinten gäbe es auch noch Wege. Ja, da bist du ja jetzt. Okay, du rennst auf jeden Fall mal durch. Weiß, das ist wie wieder blöd. War natürlich mal wieder nicht ganz optimal geregelt. Aber dann schicken wir unsere beiden Agenten hinten rum. Übrigens fände ich es auch sehr geil, wenn unsere Leute sich auch unsichtbar machen könnten. Fände ich einen feinen Zug? Freunde, fände ich einen feinen Zug? Ja, da kannst du dich hinstellen. Go. So, du rennst gleich mal da ganz hoch. Die brauchen wir dort. Ich behalte dich genau da, wo du gerade bist. Du, mein Junge, stellst dich hier hin. Und ich möchte, dass du... dich hierhin kauerst. Der Healer, ja. Ernste Kopfwunde und verbrannt. Eieiei. Sehr schön. Die haben ihn nochmal getroffen. Der müsste weiterhin am Boden sein. Unsere, ja, feindliche Bogenschütze. Hey, die erste Folge wird nur Kampf sein, gell? Was für ein Kampf, Freunde? Wie geil ist das denn? So. Ich versuche jetzt hier mal unseren Mitrida-Test ein bisschen zu bearbeiten. Ja, so. Oh, da ist noch ein Attentäter am Start. Vergesst, dass ihr mich je gesehen habt. Uns wird nichts angezeigt. Uns wird keinerlei Richtung angezeigt. Wir wissen nicht, wo er ist. So, Mitrida-Test geht zum... Nein, er geht noch nicht zum Angriff über. Alter, die stellen sich alle zusammen dorthin. So, jetzt kommt der Angriff von der Seite. Jetzt laufen sie doch weg. So, jetzt kommen erst mal unsere Verbündeten. Das ist mir ganz recht. Lassen wir denen mal einen Vortritt. Die sollen hier mal ein bisschen ausdünnen. Sehr gut. Sehr gut, dass der den schon mal entdeckt hat. Jawohl. Jawohl. Oh Gott, du wirst von unserem Katapult getroffen. Das ist dir klar, gell? Oh, ganz stark. Ganz starker Move von der Seite dazu zu schlagen, wäre mir jetzt so per se gar nicht eingefallen. Schön. Muss auch erledigt werden. Muss auch erledigt werden, Freunde. Die wollen jetzt, glaube ich, auch... Ja, die wollen wie wir außen rum gehen. Okay, die wollen mit Rieder das in den Rücken fallen. Finde ich gut. Finde ich gut, dass unsere KI wirklich auch eine gewisse Strategie verfolgt. Sehr schön. Eppa. Schön weitermachen, Junge. Schön weitermachen. So, erst mal du. Du rennst erst mal durch. Ja, schwierig. Kann die jetzt natürlich da hochjagen, aber... Also hier besteht auch die Gefahr. Eigentlich besteht überall die Gefahr, dass sie getroffen wird. Ja, geh doch hier... Hier so. So. Ja, lauf mal hier hin. Da bist du noch sicher. Da bist du vor den Flammen noch sicher, meine Liebe. So, Syneros. Dich brauche ich bei ihm hier oben. Lauf mal hoch. Das Entferntverbra... Ach, du Scheiße. Ich Idiot. Kann jemand einer Frau in Not helfen? Ach, du Schande, ich Idiot. Geht das damit? Was macht der Verband alles? Stellt Gesundheit wieder her, entfernt Bluten, falls das Ziel außer Gefecht gesetzt wird. Ja, das hilft uns nichts. Was für eine Kacke. Uah, das ist ja... Oh, das ist nah am Katapult. Geh mal einen neuen Schritt zurück. So, du. Genau, du hast es mit ihm hier durch. Das ist mir ganz recht. Hä? Jetzt habe ich ihn ja doch hochgeschickt. Was mache ich denn die ganze Zeit? So, stell dich mal hier. Das ist eine saugute Strategie, hier von der Seite rein zu bumsen. Wunderbar. Sechs bis sieben? Come on. Genau, du stellst dich mal... Läufst du jetzt da durch? Naja, wenn du verreckst hast, das wird ihm. Sind wir ehrlich. Gut. Let's go. Ja, du bleibst wie immer hier unten, mein Junge. Ja, du kannst dich aber nach vorn bewegen, weil so weit kommen die nicht mehr. Komm. Dann bist du zumindest mittendrin statt nur dabei. Das ist alles zu weit weg. So, jetzt. Straight in die Fresse, willst du mich verarschen? Wie bitter ist das denn? Kommst du da vor? Mit deinem Speer? Das ist dein Ernst? Du kommst da nicht hin? Ja. Ja. Oh ja. Oh ja, das geht. Ja doch, Ballein weg. Bevor der noch... Ja, genau. Nee, das passt. Das passt. Das ist mir recht. Dann ist der weg. Dann müssen wir uns um den keine Sorgen mehr machen. Ich bin mir gerade noch... Unsicher, ob ich unsere Karte abholt überhaupt weiter schließen lassen will. Ich meine, es ist ja schon auch für uns irgendwie scheiße gefährlich. Aber wir können sie zumindest aus ihrer Defensive rauslocken. Jawohl. Fünf Schaden bloß. Stopp, stopp. Oh, der lebt noch. Ja, er lebt noch. Warum lebt der noch? Und warum kann ich nicht sehen, was der treibt? Ja. Ja, so nämlich. Jetzt ist er nämlich tot. Oh, krass. Jetzt bearbeiten die aber unseren Kollegen hier mächtig. Unseren Mitridates. Warum wird der nicht mehr... Ich will mitverfolgen. Danke. Ja, die erste, erste komplette Folge nur noch Kampf, gell? Aber jetzt ist das Ding ziemlich gut durch. Hier passiert nichts mehr. Außer es packt einer von denen spontan den Bogen aus und schießt nochmal unseren Bestia-Tabat massiv in die Fresse und bringt ihn um. Aber ansonsten kann hier eigentlich nichts passieren. Sehr schöne Jungs. Also. Ja, du brennst. Das ist so blöd. Das ist so blöd. Jetzt muss der hier außen rum, okay? Okay. Okay. Er versperrt halt hier den Weg. Ja, ist in Ordnung. Setz sie mal von hinten weiter unter Druck, damit sie nicht fliegen kann. Das passt dann schon. So, jetzt. Du kannst ihm doch sicher übergreifend deine mitgeben. Willst du das doch nur? Ja. Wusste ich's doch. Es ging nur... Es ging nur um das Schild. Es ging nur um das Schild, Freunde. So. Erste Folge vorbei. Wir sehen uns morgen wieder.